Musik Herzlich Willkommen zum Mediale Energetik Treff. Ich bin Oliver Erreny und ich habe heute ein spannendes Thema vorbereitet, wo ich auch immer wieder gefragt werde. Und zwar geht es heute um die Eigenliebe. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja, ich soll mich ja selber lieben und das ist ja ganz wichtig, sich selbst zu lieben und dann ist es auch egal, wie man heiratet oder egal, was es da alles gibt. Und das ist sowieso das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und da möchte ich gleich einmal eine etwas provokante Theorie, die sich aus meiner Praxis eigentlich entwickelt hat, zum Besten geben, nämlich, dass du dich selber eigentlich gar nicht so gut lieben kannst, wie du es brauchst. Und ich werde das auch gleich konkretisieren. Natürlich ist es wichtig, auf sich selbst zu achten und schauen, was benötige ich, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse, dass ich da mal klar schiff mache. Aber, was ich damit sagen will, ist, Eigenliebe ist natürlich begrenzt, denn, weil es menschlich ist. Und das Menschliche hat eben diese Geschichte, dass es halt einmal schwankt. Es wird mal mehr, es wird mal weniger. Mal können wir besser auf uns Acht geben, mal weniger gut auf uns Acht geben. Also das ist ja nichts Konstantes. Es gibt immer Licht und Schatten in dieser dualen Welt, in dieser Dualität, wo wir sind. Und deshalb ist Eigenliebe, wenn ich sage, es geht immer nur um die Eigenliebe und ich konzentriere mich da permanent drauf, eine ganz schwierige Sache, weil wir das wahrscheinlich auf Dauer gar nicht schaffen werden. Was ist jetzt die Alternative zur Eigenliebe? Also nochmal, Eigenliebe ist per se ja gut und man kann auch mit dieser Energie gut arbeiten. Für mich ist Eigenliebe so die Verbindung zwischen Herzchakra und Nabelschakra. Das heißt, ich bin mit dem, wie ich bin, eigentlich zufrieden und nähere mich emotional selbst, so würde ich das ausdrücken am besten. Aber wenn ich jetzt der Eigenliebe zum Beispiel eine bedingungslose Liebe gegenüber stelle und das wäre so eine Art Liebe, wie es wahrscheinlich am ehesten eine Mutter zum Kind empfinden kann, dann ist diese bedingungslose Liebe oder auch diese göttliche Liebe dann eigentlich eine andere Qualität, als es Eigenliebe ist. Warum? Weil sie eben nicht von einem Menschen kommt. Das ist also nichts, was ich empfangen kann von außen oder von mir selber, sondern das ist etwas, das ich bereits in mir trage. Das heißt, ich habe diese göttliche Liebe, diese bedingungslose Liebe angelegt. Ich bin aber meiner Meinung nach nicht permanent fähig, diese bedingungslose Liebe da nach außen zu tragen. Also jeder, der sich das Etikett umhängt, der ist da jetzt so in der bedingungslosen Liebe und das ist so wunderbar, hat meiner Meinung nach da ein bisschen eine Verblendung laufen. Die göttliche Liebe, diese bedingungslose Liebe, definiere ich eigentlich in der Kraft, in der Lebenskraft, die eigentlich so dein Herz schlagen lässt, die Kraft, die dir die Luft zum Atmen zur Verfügung stellt. Das heißt, alles, was außerhalb deiner, deines Wirkungsbereichs liegt, das, was deinen Körper funktionieren lässt, das ist für mich so bedingungslose Liebe. Nicht jetzt so dein Nervensystem, sondern die Kraft, die dahinter steckt, die Kraft, die alles zusammenhält, diese lichtvolle Energie, ich kann es jetzt nicht besser beschreiben, die das alles am Laufen hält, das ist für mich diese bedingungslose Liebe. Das ist diese göttliche Liebe auch. Und das kann natürlich in jeder Religion und auch in jeder Beziehung nur ein schwacher Abklatsch sein, weil der Mensch nicht bedingungslos lieben kann. Und das ist meiner Meinung nach so auch nicht angelegt. Aber du kannst dir selbstbewusst machen, durch das, dass dein Herz schlägt in diesem Augenblick, durch das, dass du jetzt Luft zum Atmen hast, dass du jetzt einen Platz auf dieser Welt hast, bist du bedingungslos geliebt. Weil irgendeine Intelligenz jetzt sagt, diese Welt wäre im Moment etwas leerer ohne dich. Es würde was fehlen, wenn du nicht da wärst. Und das ist so diese Qualität dieser göttlichen Liebe, dieser übergeordneten Liebe. Und das ist also das große Bild. Und im Kleinen gibt es dann natürlich auch diese Eigenliebe. Und da werden wir heute Übungen dazu machen und auch eine Meditation dazu machen, dass wir das mal besser erfahren können und spüren können. Gut, ich hoffe, du bist bereit dazu. Und ich wünsche dir jetzt eine gute Reise. Und wenn ich jetzt von dieser Liebe rede, ist das keine romantische Liebe. Um das geht es jetzt auch gleich mal. Also wenn jetzt irgendwie Herzerl in den Augen wären, ach, ich liebe ja diese Person so und so. Das hat nichts mit Romantik zu tun, also mit diesem Gefühl der romantischen Liebe, das hingezogen sein, sondern wir reden da jetzt einfach von so energetischen Qualitäten, die wir da aktivieren wollen. Gut. Und jetzt habe ich mal, glaube ich, an alles gedacht und dann werden wir mal loslegen. Eine gute Farbe, einfach einmal um in Stimmung zu kommen, die man sich vorstellen kann, ist natürlich Liebe. Und was denkt man? Rosarot zum Beispiel. Rosarot ist eigentlich so eine ganz gute, schöne Qualität. Wenn du jetzt rosa nicht unbedingt magst, dann machen wir es neutraler, weißes Licht. Ist auch okay. Aber weißes Licht im Sinn von Liebe. Also stell dir einfach mal vor, weißes Licht. So ähnlich wie das Sonnenlicht. Oder auch das Licht, das du jetzt in deinem Raum hast und das flutet jetzt mal Liebe in deinem Raum, wo du bist. Das heißt, es gibt eine helle Quelle, wie eine Lampe im Raum und die flutet jetzt Liebe zu dir. In einer hellen, in einer lichtvollen Qualität. Und jetzt atme mal tief ein und wieder aus und schließe deine Augen. Und erlaube dir jetzt mal dieses Licht, diese Liebe zu spüren. diese bedingungslose Liebe, die rund um dich fließt und die auch in deinem Innersten fließt. Bedingungslose Liebe. Und du bist jetzt gebadet in diesem Licht und umgeben von diesem Licht. Und du musst gar nichts tun, um diese Liebe zu verdienen. Sie ist einfach da. Aber was du jetzt machen kannst, ist, dass du dich ganz bewusst dieser Liebe öffnest. Und das machst du jetzt mit den Worten Ich bitte um die Gnade, die bedingungslose Liebe wahrnehmen zu können. Ich bitte um die Gnade, die bedingungslose Liebe wahrnehmen zu können. Und zwar in jeder Faser meines Daseins. Und du öffnest dich jetzt dieser bedingungslosen Liebe. Und in dieser Öffnung öffnet sich dein Körper und jede Faser von deinem Körper, jede Zelle öffnet sich jetzt dieser bedingungslosen Liebe. Und du hast das Gefühl, dass dein gesamter Körper in eine positive Schwingung gerät, in einem positiven Gleichklang mit allem, was ist. es gibt nichts, was dich trennt. und du bist einfach absolut in dieser Verbindung und du spürst, dass dieses Licht ganz klar und wundervoll in dich einfließt. dein Bewusstsein, dein Verstand erweitert sich und es wird immer offener und größer. Fast so, als hätte das gesamte Universum in dir Platz. Alles, was lebt, alles, was existiert, hat in dir Platz. Du spürst die Unendlichkeit deines Wesens. Du spürst unendliche, bedingungslose Liebe und wie du ganz darin aufgehst nimm wahr, dass diese Liebe nicht von dir ausgeht, sondern von einer Quelle, von einem Zentrum, das gleichzeitig in dir ist, aber auch außerhalb von dir ist. das gleichzeitig ganz nah und greifbar erscheint und trotzdem unendlich weit weg. Das alles und nichts miteinander vereint. spüre jetzt diesen Frieden, diese Geborgenheit und diese bedingungslose Liebe. dann Untertitelung des ZDF, 2020 Und wenn du diesen Level erreicht hast, dann ist eigentlich so dieser Punkt Eigenliebe, das sich auf sich selber konzentrieren, gar nicht mehr so wichtig. Stell dir mal so Eigenliebe vor. Stell dir mal so ein inneres Licht, das du selber generieren musst. Und überleg mal, was jetzt dann nachhaltiger ist, was weniger aufwendig für dich ist. Diese bedingungslose Liebe spüren oder versuchen Eigenliebe zu generieren. Und du wirst also jetzt spüren, dass diese bedingungslose Liebe stärker ist und größer wahrscheinlich. Und spüre jetzt mal in deinem tiefsten Inneren. Dass du mit diesem Licht an deiner Seite gar nichts zu verlieren hast. Aber erlaube jetzt dieser bedingungslosen Liebe, die Wesensanteile in dir zu berühren, die Angst haben, die sich Sorgen machen, zu wenig zu bekommen, oder die gar Angst haben, etwas zu verlieren. Ich öffne nun der bedingungslosen Liebe die Anteile, die Angst vor Verlust haben, die Angst haben, ausgenutzt zu werden, die Angst haben, übervorteilt zu werden, die Angst haben, alleine zu sein. Und ich bitte um tiefe Inspiration und Reinigung. Lass diese Energie jetzt einfach durchfließen und alle Stellen in dir, die vielleicht dunkler sind, berühren. Und manchmal sitzen diese Ängste des Verlusts sehr tief oder die Angst, ausgenutzt zu werden. Doch jetzt entsteht genau die Zeit und der Raum, dass diese Ängste sich lösen können und mit dieser bedingungslosen Liebe erfüllt werden. Denn du spürst, je mehr du dich diesem Licht öffnest und hingebst, umso klarer und selbstbestimmter, umso sicherer bist du. Jede Manipulationsenergie, die dir mal eingeredet hat, dass du selber zu klein bist, dass du selbst nicht liebenswert genug bist, dass du selbst nicht genügst, all diese Manipulationen werden jetzt von diesem unendlichen weißen Licht, dieser bedingungslosen Liebe erfüllt und verlassen dein Leben. Und in diesem Augenblick spürst du, wie du dich erdest und das Wesen der Erde wirklich wahrnehmen kannst. Nämlich, dass das Wesen der Erde die Liebe ist. Und dass du in dieser Liebe getragen und genährt bist. genau wie jedes Wesen, wie jedes Wesen, wie jeder Mensch. Das Wesen des Daseins ist die Liebe. du kannst nur in Liebe sein und dich in Liebe bewegen. Und es ist eine schwere Entscheidung, diese Liebe nicht wahrzunehmen. Und du spürst jetzt, dass du die Entscheidung getroffen hast, ganz in Liebe zu sein und absolut dich in diese Liebe zu erden und zu entfalten. Atme nun tief ein und wieder aus und tief ein und spüre deine Kraft. spüre deine Sicherheit und spüre diese bedingungslose Liebe und spüre auch alle Bilder der Eigenliebe, der Selbstsättigung, dass die alle okay sind und auch ihren Platz haben dürfen. aber dass du dich mit deinem ganzen Wesen jetzt auf diese bedingungslose Liebe eingeklinkt hast und dass diese jetzt Teil deines Alltags und deines Bewusstseins ist. sprich noch mal, ich bitte jetzt darum, dass diese bedingungslose Liebe, dieses Licht, Teil meines Alltags ist. Dass ich dieses Licht immer wieder in Erinnerung habe und in jeder Situation wieder für mich abrufen kann. So sei es, so sei es, so sei es. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Bedanke dich bei deinem innersten Licht und deinem Wesen. Bedanke dich bei deiner Unendlichkeit. Und nun atme noch einmal tief ein und wieder aus und streck dich mal durch. Bewege deinen Körper, deine Beine, deine Schultern. Atme noch einmal tief ein und wieder aus. Erinnere dich an dieses ewige Licht. Fühl noch einmal nach und komm dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Mach dir noch einmal bewusst, dass du dich immer an diese bedingungslose Liebe erinnern wirst. Und wenn du dich ganz klar fühlst, dann öffnest du deine Augen und kommst wieder ins Hier und Jetzt zurück. Sehr gut. Ja, ich hoffe, du konntest jetzt während dieser Reise mal so diesen Qualitätsunterschied, bedingungslose Liebe, Eigenliebe mal spüren, dass das eigentlich überhaupt kein Vergleich ist. und es ist natürlich okay, mit dieser Eigenliebe anzufangen und sich mal darauf zu besinnen, auf dieses sich selber konzentrieren. Das passt alles. Aber es gibt einfach noch mehr und schränk dich nicht ein. Und zum Thema Einschränkung ist es jetzt noch an mir zu sagen, ein herzliches Danke auszusprechen. Es ist jetzt gelungen. Es sind jetzt über 500 Abonnenten hier am Kanal, die meditieren, die sich meine Inputs, meine Podcasts anhören und ich möchte auch herzlichen Dank sagen. Und es soll ja noch wachsen. Also bitte lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Teile dieses Video. Und vielleicht fällt dir jemand ein, der mit dem Thema Liebe gerade hadert. Ich wünsche dir alles Gute. Bis bald. Ich bin Oliver Erini, medialer Energetiker und das ist Energetik, die wirkt. Tschüss, bis nächstes Mal. Jetzt hvad den Kanal, 移st mich. Bis bald. Bis bald. Schicksal�. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020